Wir sind wieder zurück bei Let's Play Luigi's Mansion 2. Sucht das Stöckchen ist unser nächstes Missionsziel. Und was hat der Professor dazu zu sagen? Oh Luigi, du kommst wie gerufen. Fast so, als hättest du die ganze Zeit schon dort gestanden. Was für ein Trottel, ich stehe doch die ganze Zeit neben ihm. Oh mein Gott. Nicht, dass man hier in meinem Unterschlupf viel Auslauf bekäme. Leider ist es mir nicht gelungen, den geklauten kleinen Zeiger zu lokalisieren. Das Paraskop erkennt nämlich tragischerweise ausschließlich paranormale Objekte. Aber, während ich so hier und dort herumsuchte, ist mir im Vorhof ein paranormales Signal aufgefallen. Es ist nur ganz schwach, ein Kleingeist sozusagen. Aber es ist ein Anfang. Alles klar, Luigi, dann mach dich bereit. Und jetzt? Doch nicht? Und tu nicht bei jedem Transport so, als ginge es um dein Leben. Televoxel ist absolut sicher, ich habe es bestimmt fünfmal erprobt. Gut, ich drücke jetzt den Knopf. Kein Gezitter und kein Geschlotter, verstanden? Also er hat es fünfmal geprobt. Das will man sich nur mal im Kopf vorstellen. Eine Technik, die überhaupt nicht ausgereift ist. Und der kluge Professor sagt uns natürlich, ich habe es fünfmal versucht, da können wir das doch locker durchziehen. Nee, Professor, ohne uns. Ohne uns, bitte nicht. Ich will nicht mehr Televoxeln. Ich will doch da einfach nur hingehen. Okay, wir sind wieder im Vorhof. Und hier müsste schon der kleine Uhrzeiger sein. Aber nur wo? Ja gut, da ist er auch schon. Okay, wir haben ihn schon gefunden. Die Geister spielen damit. Und da ist der Hund. Da ist der Hund. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht den Hund hinterher, bitte. Der hat ihn gefressen? Ist der blöd? What the fuck? Ach nein. Jetzt muss ich dem Hund tatsächlich erneut hinterher. Ach, come on. Please. Ist es euer Ernst, Leute? Ist es euer Ernst? Also ich meine, ich renne dem Hund liebend gern hinterher. Aber nicht wieder komplett durch... Ja, nein. Durch den ganzen Ingenieurshof. Das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, dass er bei mir bleibt. So, und... Bäm! Du bleibst hier... Was, der hat unendlich Power? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der unendlich Power hat. So, Bäm! Ja, geschützte Geister, glaube ich. Was sind das? Hat man mir auch schon in die Kommentare geschrieben. Geschützte Geister. Das ist aber auch wieder so eine Sache. Okay, okay. Fußspuren verfolgen. Fußspuren verfolgen. Na, da oben fehlt schon wieder was. Könnte sein, dass sich da drin erneut ein Juwel befindet. Oder auch ein Edelstein, weil ich sag irgendwie zur Zeit immer Edelstein. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Ja, die sehen zumindest so aus wie ein Edelstein. So, tun wir das mal da rein. Und dann schauen wir mal, ob es dafür wieder einen Preis gibt. Ja, Louis. Louis! Jetzt saugt... Jetzt saugt es doch einfach, Kerl. Okay, den hab ich schon. Den hab ich schon. Ja, ist ja gut, Louis. Ist ja gut. Den haben wir schon. Deswegen brauchst du dich auch gar nicht so freuen. So, und ich will jetzt nur schauen, wo dieser kleine Mistköter wieder hin ist. Aber bisher hab ich seine Spur noch überhaupt nicht aufgenommen. Ach hier. Okay, er ist hier rein. Alles klar. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Ich glaube, hier waren wir sogar schon. Ja, in der Werkhalle. Da waren wir schon. Und da ist der nächste Geist. Aber er ist weg. Aber hier ist es nicht hell, oder? Ist es hier jetzt hell oder nicht? Also sieht es zumindest nicht hell aus. Ah, ne goldene Spidey. Ne goldene Spidey. Bam! Ach, verflixt. Verflixt. Da war ich einfach ein bisschen zu spät dran. Ein wenig zu spät, mein Freund. Oh nein. Wieso verletze ich mich eigentlich immer bei dem hier? Ist doch unglaublich. Der hat mir doch schon letztes Mal wehgetan. Naja. Okay. Wie jedem auch sei. Louis, geh doch bitte vorwärts. Denn wir müssen unbedingt diesen blöden Köter verfolgen. Aber wo ist er hin? Hä? Aber ich glaube, er muss ja irgendwo rechts gegangen sein, weil... So, mal schauen, wo die Fußspuren hinführen. Also, das machen wir hier mal weg. Noch mal so... Oh, noch mal so ein Ding und da verletze ich mich schon wieder. Da können wir da eigentlich was machen. Da ist der Hund. Da ist der Hund. Und jetzt ist er nach oben gegangen. Na, großartig. Na, großartig. Ich hab's mal wieder geschafft, den Hund zu vertreiben. Und Louis hat jetzt überhaupt keine Moral mehr. Er hat echt keine einzige Ausdauer mehr. Denn mir wär das auch schon viel zu blöd, wenn permanent hier immer irgendwas ist. Und immer macht uns der Hund einen Strich durch die Rechnung. Also, seit Welt 2 ist es gar nicht mehr so geil. Und da ist noch mal ne... Ja, noch mal ein Juwel. Aber das hab ich auch schon. Und natürlich platziert sich das Juwel direkt in der Mitte von der Treppe, dass ich ja noch mal den ganzen Spaß machen muss. So, wie komm ich denn jetzt nach oben? Ich glaube, ich muss tatsächlich, ähm... Alles außerhalb... Alles außenrum gehen. Jetzt komm her, wirklich. Komm her. Und da ist der Buhu. Yeah, cool. Glaubst du etwa, du könntest den großen Boudini einsaugen? Ich entkomme jeder Schlinge. Na ja, das wollen wir doch mal sehen, Boudini. Das wollen wir doch mal... Ja, wo ist er denn hin? Hallo, hallo, hallo. Da ist er, da ist er. Na ja. So. Gib mir deine Zunge. Gib mir deine... Yes. Und volle Saugkraft. Bam. Na ja, einfach mal hinterher rennen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Dafür ist das Areal hier einfach zu... Ja, es ist nicht mal groß genug. Aber es ist für ihn halt zu groß. So, jetzt muss ich ihn nur schnell einsaugen. Und dann hätten wir ihn auch schon. Verrückt, dass wir jetzt sogar den Buhu gefunden haben. Obwohl ich mir dachte, der ist wahrscheinlich hier in diesem Teil des Levels oder Teil der Welt ein bisschen schwerer versteckt. Aber ist er gar nicht. Okay. Dann müssen wir uns darüber wenigstens nicht mehr kümmern oder Sorgen machen. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, dann müssen wir wieder nach oben. Alles außenrum. Alles außenrum. Ach, come on. B... Na, wieso? Okay, da komm ich immer noch nicht weiter. Wieso komm ich da verdammt nochmal nicht rein? Ich glaube, das wird noch so die Special-Aufgabe für die letzte Mission werden. Weil wir sind ja auch schon fast fertig mit dem Ingenieurshof. Also wir sind schon bei, äh... Mission Nummer 4. Das heißt, wir haben, glaube ich, nur noch zwei. Und dann wär's das gewesen. Soll ich auch ein bisschen spinnen jetzt? Krieg ich das? Krieg ich das? Nee, krieg ich nicht. Krieg ich nicht! Aber so. Yes! Gut, klappt. So, und wo ist jetzt dieser verdammte Geist? Dieser blöde Hund! Wieso klaut der einfach so den Uhrzeiger? Ist der blöde? Ja, er ist blöde. Er ist blöde. So, hier müsste er allerdings drin sein. Jetzt befinden wir uns direkt da drüber. So, und wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Da ist er. Aber der eine Geist, der nervt auch so ziemlich. Der... Echt... Der kommt gar nicht klar. Der kommt gar nicht klar mit seinem Leben. Wobei, das obere Areal haben wir ja noch gar nicht erforscht. Oder kommt mir das nur so vor? Also, ich glaube, das obere Areal haben wir noch nicht gemacht. Also, hier haben wir ja mal, äh, den Kompass bekommen. Das weiß ich. Der Kompass, den haben wir gekriegt. Aber weiter konnten wir auch gar nicht gehen. Weil hier war dann Ende. Aber dann müsste es... Doch, da gibt es noch eine Tür. Hier. Hier. Ach so. Okay, jetzt sind wir in der Lagerhalle. Ach so, jetzt sind wir eins drüber. Jetzt sind wir eins drüber. Das heißt, irgendwo... Ah, da ist der Geist. Da ist der Geist. Bäm. Oh nein, wieder so ein verstärkter Geist. Ach, come on. Zuerst hat er unendlich. Oh nein. Er ist mir entfleucht. Er ist mir entfleucht. Wirklich? Jetzt aber. Jetzt aber. Okay. Also, ich kann ihn trotzdem noch einsaugen. Auch wenn ich das einmal gemacht habe. Oh nein. Ich habe so die Befürchtung, dass ich alle Geister einsaugen muss. Also, die ganzen grünen Geister, die am Anfang waren. Ich glaube, die muss ich alle einsaugen. Okay. Der Hund ist hier lang. Ja, ich glaube, noch ein Stück. Und hier müsste er, glaube ich... Ja, hier ist er rein. Okay, alles klar. Ja doch, da waren wir sogar schon. Also, wir sind bloß von der anderen Seite gekommen. Okay. Dann ist er hier im Schrank. Ja, tatsächlich. Da ist er. Ach Hund, magst du jetzt nicht einfach mal stehen bleiben, bitte? Ist es nicht möglich, dass du einfach in Ruhe stehen bleibst? Kannst du das nicht machen? Wieso nicht? Für mich. Für deinen alten Kumpel Louis. Der wäre doch ganz, ganz glücklich damit. So, da hinten ist er. Na toll. Jetzt darf ich diesen Scheiß hier wieder machen. Nein. Okay. Bloß keine Panik. Panik. Bloß keine Panik. Immer mit der Ruhe. Immer sachte an die Sache ran. Ja. Na klar. Na klar. Und dann, oh, dann vertreibt er. Ach komm, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Hey. Als ob. Als ob. Jetzt habe ich mich so verwirren lassen von denen, dass ich vergessen habe, mein 3DS zu neigen. Ja. Rüber. Rüber. So, Louis. Jetzt obacht. Obacht. Vorsicht. Und rüberspringen. Komm. Yes. Okay. Perfekt. Perfekt. Und jetzt ganz langsam nach vorne. Vor allem, ich halte meinen 3DS ja immer gleich. Also, ich halte ihn ja nicht anders. Aber irgendwie meint das Spiel. Ich halte den ein bisschen verkehrt. Hm. So, ist er hier rein? Irgendwo. Ja, hier. Okay. Ach, jetzt befinde ich mich schon wieder auf diesem blöden Laufband. Ach, nö. Als ob. Als ob. Als ob. Ja, dann gehe ich mal lieber links rein. Dann gehe ich mal lieber hier rein. Da ist er. Ach, jetzt bleib doch einfach mal stehen, Hund. Wieso bist du denn so komisch? Wieso? So. Nein. Jetzt ist der eine Geist auch noch abgehaut. Ach, komm, hey. Was soll denn das? Oh mein Gott. Bam. Okay. 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 Ja, klar. Ist logisch. So, aber jetzt beide. Ach, sogar alle drei. Ja, das finde ich cool. Du bist wirklich cool. So. Einfach mal rein da. Und du auch noch. Du machst mir das Leben zur Hölle, mein Freund. Weißt du das eigentlich? Yes. Okay. Perfekt. Hat wunderbar funktioniert. Die haben auf jeden Fall eine Menge Kohle da gelassen. Das finde ich geil. Und da oben gibt es noch ein paar Poster. Aber die bringen mir gar nichts. So, der Hund ist ja hier raus. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur auf die andere Seite. Ne, da ist er. Da ist er. Okay. Laufen wir ein Stück zurück. Und gehen einfach mal hier rein. Jetzt ist er schon wieder zurück? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Komm. Bevor ich das jetzt wieder machen muss. Was? Ja, what the fuck, ey. Da komme ich doch... Ach, das schaffe ich doch never. Das schaffe ich doch never. Was soll denn das? Ich gehe da so ganz gemütlich rein. Und dann so ein Mist. Als ob. Als ob wirklich. Als ob. Ja, dann versuche ich es mal einfach von der anderen Seite. Ich versuche es von der anderen Seite. Bam. Okay. Und... Zack. Geh kaputt. Geh kaputt. Jetzt auch. Gut. Ja, wie man sieht... Aber hier fällt uns auf, dass die Entwickler gar keine Ideen hatten irgendwie mehr. Weil man muss wieder diesen bescheuerten Weg lang gehen. So. Komm her. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Gut gemacht. Und der Zeiger gehört uns. Endlich. Wir sind ganz durch dieses... Also fast eigentlich komplett durch die Welt nochmal durchgelaufen. Und jetzt haben wir erst den Hund bekommen. Ja, wahnsinnig. So. Yellow. Gut gemacht, Luigi. Besser als... Besser ein schmusiges Hündchen als ein bissiger Poltergeist, oder? Ich hole euch flugs zurück. Einen Augenblick nur. Okay. Einen Augenblick nur. Habe ich so das Gefühl, dass der Hund wieder abhauen wird? Und ja, irgendwie habe ich so Murin, dass der wieder verschwinden wird. Und ich darf den irgendwann wieder einsaugen. Und ich will den nicht mehr einsaugen. Ich meine, es tut mir zwar wirklich leicht, wie der jault, wenn ich den einsaug. Aber es ist einfach krass. Es ist einfach krass, wie der Hund mich nervt. Nur weil er ständig von mir wegrennt. Ich will ihm ja nicht mal was Böses. Ich bin ja eigentlich eher sein Freund. Sollte man meinen. Aber irgendwie findet es der Hund nicht so. Und das finde ich traurig. Also einerseits bin ich erfreut, dass ich ihn habe. Andererseits bin ich auch traurig, dass er mich jetzt nicht mehr nerven kann. Oder er haut wieder ab. Na, das wäre mein, boah, das wäre mein Albtraum. Hey, never ever, bitte nicht. Bitte nicht. Geh doch einfach in dein Gehegehund und lass uns in Ruhe. Kannst du das nicht einfach für uns machen? Tja, 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 tja. Okay, los, Professor. Dann sag mal. Da bist du ja. Fabulöse Arbeit, wie immer. Nun denn, zeig er mir den Zeiger. Ja, ich hab den Zeiger. Ich hab ihn. Puh, gut, dass das Hündchen ihn nicht völlig zerkaut hat. Ich dachte schon, ich müsste die Sache wieder eigenhändig zurechtbiegen. Mein Gott, als würde er hier voll viel machen. Hey, und wir. Ah, Spaß, die. Fein. Dann weiter im Programm. Schick deine Geister schnell hinab ins Gehege, ja. Ich glaube aber nicht, dass ich den Hund jetzt einsperren kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn er einmal abgehaut ist, wird er nochmal abhauen. Buhu gefangen und natürlich Reichtümer. Und der Hund ist natürlich nicht dabei. Der ist nicht dabei. Na toll. Ach, Louis. Bitte nicht schon wieder. Ja, er ist schon wieder weg. Er ist echt. Oh, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Das kann doch nicht wahr sein. Was sagt er dem Professor jetzt? Was kommt jetzt wieder für ein Schlaumeier-Spruch? Heiliger Leinenriss, nicht schon wieder. Wie kann dieser kleine Storchblos immer und immer wieder aus dem Schreckweg 0915 entkommen? Ach, sei es drum. Suchen wir lieber das letzte Uhrenbauteil. Das Kurbelrad. Damit kannst du die Uhrzeiger drehen und das Urturm-Tor endlich öffnen. Ich brauche ein Sekündchen, um das Rädchen zu orten. Mach doch so lange Pause. Ähm, eigentlich wollen wir doch gar keine Pause machen. Oder doch? Hm. Hä, Pause, habe ich gesagt? Los, an die frische Luft. Ja, wir gehen ja schon, Professor. Wir gehen ja schon. Wir sind nur Handlanger in deinem kleinen Labyrinth des Irrsinns. Das Stück? Zum Glück. Ein Bauteil fehlt uns noch. Dann ist die vermaledeite Uhr endlich repariert. Und weißt du was? Ich weiß auch schon genau, wo es sich versteckt. Okay, letzte Mission im Ingenieurshof. Luigi, da bist du ja toll, wie du dich immer so anschleichst. Wir haben nun beide Uhrzeiger erfüllt. Nur noch das Kurbelrad. Dann können wir endlich das Urturm-Tor reparieren. Das finster Mondstück ist laut Paraskop immer noch dort oben. Doch wir müssen uns sputen. Ich registriere auch eine verstärkte Spukaktivität im Ostabschnitt des Ingenieurshofes. Sehr wahrscheinlich lagert das Kurbelrad irgendwo dort. Die Geister haben alle Türen verbarrikadiert. Aber keine Angst, wir kriegen dich da schon hinein. Es gibt dort nämlich eine weitere Voxelstation. Dort werde ich dich hinschicken. Wer weiß, vielleicht platzt du ja in eine Geistergeburtstagsfeier oder so. Mein Gott, der hat immer solche Sparwitze, die überhaupt nicht lustig sind. So sieht das Kurbelrad aus. Schön die Augen danach offen halten. Ja. Okay. Werden wir machen. Fertig, du Geisterschreck. Dann zum Angriff. Auf sie mit Geflüster.